Ja, tötet ihn. Tötet ihn, meine Wölfe. Ist mir jetzt egal. Scheiße, nein, ich muss ja hier weg. Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Skywars Kids Serie. Wir spielen heute das Wolfsjungen Kid. Ich bin gespannt. Eigentlich finde ich das Kid nicht so gut, weil eigentlich macht mir das Kid überhaupt keinen Spaß zu spielen. Aber es müsste natürlich gespielt werden, wenn wir hier eine kleine Kids Serie machen und deswegen spielen wir heute auch das Wolfsjungen Kid. Und Leute, danke, 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 danke. Ich kann es einfach nur in jeder Folge sagen. Danke für euren ultra fetten Support auf jede Folge der Skywars Kids Serie. Ihr seid einfach krank. Ihr seid richtig krass drauf. Danke für euren Support. Es freut mich jedes Mal, wenn ich sehe, dass ihr easy die 1000 Likes schafft. Alter, meistens 2000 Likes auf die Videos. Ey, das ist ultra krass. Deswegen fettes, fettes Dankeschön nochmal, Leute. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ich mache mir jetzt mal hier die Goldschwerte zusammen. Dann haben wir in Schärfe 2 Goldschwerte. Das ist schon mal ein bisschen besser. Und dann beschwöre ich mal meine kleinen Wölfchens. Oh, scheiße. Okay, einer ist ein bisschen runtergefallen. Okay, nice. Bei mir sterben die Wölfe halt immer, wenn ich mich... Alles klar, der tötet sich fast selber. Bei mir sterben die Wölfe halt fast immer, wenn ich mich irgendwie hochbaue oder so. Zack. Nice. Sehr schön. Okay. Okay. Hoffentlich bringen mir die Wölfe was. Bitte. Bitte helft mir, die Gegner zu vernichten. So, wir bauen uns jetzt erstmal hier rüber. Und ja, ich habe heute eigentlich gar kein Thema anzusprechen. Ich sage mal so, schreibt mir mal in die Kommentare, was euer Lieblings-Kit ist. Ich spiele zur Zeit am liebsten mit einem Assessine-Kit. Einfach, weil man dann direkt ein Dia-Schwert hat und man direkt schön viel Damage klatschen kann. Schreibt mir mal euer Lieblings-Kit in die Kommentare und wieso das euer Lieblings-Kit ist. Und wenn ihr da unten seid, könnt ihr natürlich gleich einen Daumen oben da lassen, weil bei 1000 Likes kommt morgen um 13 Uhr die nächste Folge. Ich hoffe, ich habe es geschafft, gestern meinen Upload-Plan einzuhalten. Aber dann wird es schon geklappt haben. Nein. Yes. Yes. Wölfe, töte ihn. Zerfleischt ihn. Los. Yeah. Nice. Das erste Mal, dass die Wölfe mir geholfen haben. Alter. Die haben ihn dann fast ver... Boah, die haben ihn fast zerfleischt, ey. Ihr seid mega gut, Wölfe. Ich bin stolz auf dich. Sehr gut gemacht. Äh, Martin. Okay. Schöne Grüße an jeden Martin, der hier zuschaut. Okay, wir haben jetzt schon Henry, das Pferd, und Martin, den Wolf. Sobald wir andere Tiere haben, muss ich mir auch noch spontan irgendwelche Namen ausdenken. Oh, da oben ist er. Hallo. Wir haben halt richtig schlechte Rüstung, ne? Oh, oh, oh. Nice. Kombo, Kombo. Komm schon. Nein, meine Wölfe sind tot. Beide. Und der ist auch gestorben. Sehr gut. Ich brauche bessere Rüstung. Bitte gib mir irgendwelche Eisenrüstung oder so. Ich habe einen scheiß Brustpanzer und einen scheiß Helm. Aber ich brauche unbedingt mehr Rüstung. Und ich habe auch überhaupt keine Blöcke mehr. Oh, da kommt einer. Nein. Nein. Von wo? Von hinten. Mann. So, ich probiere mal eine Runde Labyrinth aus. Ja, ich bin gespannt, wenn wir aus Zufall mit dem Wolfsjungen Kid hier gewinnen. Dann würde ich mich sehr freuen. Gut, dass du mir alle meine Sachen wegnimmst. Oh, sieben Dias nochmal und eine Enderperle und ein bisschen Rüstung. Sehr schön. Wenn ich jetzt schnell bin, ist das auch noch meine Kiste. Nice. 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 Okay, perfekt. Soll ich in die Mitte gehen? Ah, da war... Ne, da war 100% schon jemand. Und ich mache mal lieber meine Wölfe hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay, einen habe ich. Noch einen. Dass die sich immer hinsetzen, ey. Das ist mega kacke. Okay. So. Bleib stehen, Junge. Jetzt noch den. Wo gehst du hin? Alter. Er tötet sich einfach fast. Okay, zack, zack, zack. Ich habe kein Schwert. Nein, ich muss mich schnell ein Schwert craften. Fuck, fuck. Meine Wolfis beschützt mich. Beschützt mich, dass niemand kommt. Und mich vernichtet. Bitte, 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 bitte. Ich habe ultra Angst. Ich habe mega Angst, Leute. Ah, ich kann nicht craften, Alter. Ich kann nicht craften. Was ist los? Okay. So. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. So. Nice, nice, nice. Hoffentlich sind schon alle tot, bevor wir überhaupt anfangen. Und dann können wir doch auch ein paar Leute wegracken. So. Wir gehen mal hier oben drauf. Ah, okay. Ich fände es mega geil, wenn meine Wölfe automatisch, ähm, ja, die Leute angreifen würden. Nice, der ist gestorben. Nein. Wolf, greif an. Oh, die greifen nur an, wenn ich ihn einmal gehittet habe, oder was? Ja. Los, Wolf. Ja. Er ist gestorben. Mega gut. Mega gut. Es leben noch drei Spieler. Wir haben Schärfen noch Big Schwert. Oh mein Gott. Schärfen noch Big in your face, Digga. Okay, okay, okay. Äh, sonst noch irgendwas Gutes? Nee, leider nicht. Aber egal. Wie viele Wölfe leben denn noch? Lebt überhaupt noch ein Wolf von mir? Ich weiß es nicht. Ähm. Ja, Wolf, greif an. Greif an, Wolf. Mach ihn fertig. Ich hab keinen... Ah, scheiße. Ich werd... Nein. Ich will nicht verbrennen. Wolf, 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 Wolf. Fuck, 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 fuck. Nein, 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 nein. Oh, geh weg von mir. Geh weg von mir. Ich weiß nicht, ob er... ...noch mal einen Schneeball hat. Ich hoffe einfach nicht. Scheiße, scheiße. Lass mich in der Frieden. Oh, der ist runtergefallen. Nein! Als ob... Als ob ich an Fallschaden sterbe. Oh, Mann. So, wir spielen auf der kleinen Map Camping. Vielleicht gewinnen wir hier. Äh, ich bin wirklich gespannt, ob wir mit dem Wolfsjungen Kid noch was reißen. Bis jetzt haben meine Wölfe relativ gut Action gemacht. Das hat mir sehr gut gefallen. Die konnten die Leute richtig gut wegklatschen. Und ich bin wirklich gespannt, ob wir mit dem Kid noch eine Runde gewinnen oder nicht. Weil ich hab keine Lust, noch zwei, drei, vier Runden mit dem Kid zu spielen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das, äh, relativ schwierig wird. Ich geh mal gleich hier rüber. So. Wehe, mein Block backt weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nice. Hallo. Ja, genau. Schmeiß dich mit der Enderperle. Oh, ich geh da abstauben. Ich geh da safe abstauben. Nice. Nein. Bleib da. Ja, nice. Sehr schön. Sehr schön. Ich wollte ihn nicht runterboxen. Ich hätte ihn locker runterboxen können. Aber ich wollte ihn nicht runterboxen, damit ich einfach seine Sachen bekomme. Richtig gut. Okay. Der hat auf jeden Fall noch eine Eisenhose und einen Eisenbrustpanzer. Sehr schön. Hier haben wir ein bla 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 bla. Und genau, das haben wir auch noch. Und sehr bla bla bla. Okay. Okay. Äh, ihr wisst Bescheid, Leute. Fix, halt einfach deinen Maul. Was? Komm, Wölfe. Wolf Action. Tötet ihn. Ja. Nice. Meine Wölfe haben ihn gedrackt. Alter, perfekt. Meine Wölfe haben ihn einfach gekillt. Okay, der hat. Hat der eine Hasenpfote gehabt? Ich glaube, der war Kaninchen oder so. Ähm. Was haben wir hier? Trank der Schwäche. Trank der Langsamkeit. Will ich beides nicht. Äh, ich nehme mal hier das. Den Feuerrisitrank trinke ich mal gleich. Ich glaube, den Sprunghaftdrank trinke ich auch mal gleich. Wir haben jetzt zwei Stück. Einen Goldapfel haue ich mir auch schon mal rein. Ähm, obwohl wir nur einen haben. Aber trotzdem. Damit wir einfach regenerieren. Ich weiß jetzt nicht, wo der letzte Gegner ist. Ich will hier nichts riskieren, Leute. Ich will hier gar nichts riskieren. Und falls der jetzt gleich kommt, dann setzen wir einfach die komplette Insel unter Lava. Aber ich sehe nicht. Hallo. Wo bist du? Willst du dich gegen Fix anlegen? Ich habe nur meine Wolfarmee am Start. Mein, vier Wölfe leben noch. Ist ja richtig gut. Ist ja mega gut. So, bitte sein... Hä, wo ist der denn? Kein Plan, wo der ist. Hallo? Hallo, Fix, such dich. Ah, da ist einer. Und... Hä, wo ist der Nächste? Okay, kein Plan. Egal, wir gehen zu dem rüber. Aber der hat halt bessere Sachen als ich. Ich bin nur Full Iron und der Typ ist fast Full Deer. Aber ist ja wurscht. Ich bin auf jeden Fall höher als er. Und ich komme auch schneller höher als er. Nice. Ich glaube, ich kann ihn runter... Ah, ich weiß nicht. Stell dich an den Rand. Bitte stell dich an den Rand, damit ich dich runterboxen kann. Ja, was macht er? Vollidiot. Ja, komm, flieg. Als ob... Was? Ich hasse dich. Was ist das für ein Scheiß-Spiel, Mann? Ich habe nicht mal richtigen Knockback in dem Spiel. Das kann doch nicht wahr sein. So, wir spielen nochmal eine Runde Pines. Ganz schnell hinterher. Ich hoffe, wir können hier irgendwas reißen. Ich denke aber fast nicht, weil das Wolfsjunkit ist einfach ein verfluchtes Drecks-Kit. Ich habe das ja schon mal im Stream versucht, so mit jedem Kit zu gewinnen. Und dieses Wolfsjunkit, ich hasse es. Ich hasse es bis auf den Tod, Alter. Scheiß-Kit. Es war zwar jetzt nicht das Kit dran schuld, dass ich hier keinen Knockback hatte. Warum auch immer. Die Leute bekommen irgendwie bei mir halb so viel Knockback wie ich von denen. Aber okay, kann man natürlich machen, wenn der Rücken zum Abgrund steht, dass der keinen Knockback bekommt. Aber das ist natürlich trotzdem hart nervig, ne? Okay, nice. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn töten kann. Der chillt ein bisschen sein Leben. Ich habe 9 TNT. Oh, wir können ihn gut wegsprengen. Äh, das setzen wir mal hier. Ja. Tötet ihn. Tötet ihn, meine Wölfe. Nein, er hat einfach alle meine Wölfe gekillt. Du bist so ein Pisser, Alter. Was für eine Missgeburt. Okay, okay. Ist mir jetzt egal. Scheiße. Nein. Ich muss ja hier weg. Oh mein Gott. Nein. So, wir sind auf der Map in Ar und ich versuche mein Glück ein zweites Mal. Oder naja, ein zweites Mal ist ja nicht ein hundertstes Mal. Äh, ja, mal gucken, ob wir hier irgendwas reißen können. Ich nehme hier auf jeden Fall die Sachen mit. What the fuck? Warum sind hier nur zwei Spieler drin? Hä? Ich bin alleine mit ihm oder was? Oh mein Gott, Leute. Alles klar. Ich glaube, ich habe aus Versehen gestartet. Ja, wahrscheinlich. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich das zählen lassen soll als Sieg. Oder nicht. Weil es war ja nur er drin. Ist ja mega scheiße. Leute. Okay. Ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen oben da. Abonniert meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, ich lasse das mal nicht als Sieg zählen. Wir probieren in der nächsten Folge nochmal das Wolfsjungen-Kit. Und dann sehen wir uns da. Bis dahin. Und tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017